ich bin normal ich bin noch nicht einmal level 6 und da andere level 8 ok unten der turm ja wahrscheinlich schon fast ich stirbe jetzt auf den weg ja ich stirb okay ja Jetzt haben wir mal Ulti. Oh, rechts unten. Da war gerade jemand. Da war doch gerade jemand. Der in der Job oder was? Na, da sind sie schon wieder. Ja, bring mir um, bring mir um. Alter Schwede. Love, Nero. Verfehlt, ich glaube, ich spinn. Er hat erst gestanden. Ja, beim Tower. Oh, wie's triff ich immer, die vorsteht hast du? Was sei wieder unnötig, Manuel? Oh, ja, da war weg, 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 weg. Na, Porto, mein Auto. Laft der, laft der einfach in unsere Ripper ist, äh, ich geh ab. Ich krieg mir nicht mehr. So frech. Wow, oh top. Na ja, er bist die Ahnung. Na ja, Ferrari. Wow. So. Kaputt. Jetzt nennen wir es wahrscheinlich ein Altorei. Torei? Nein. Eine Frage der Eber. Doch, EZ. Ähm. Trotz Laufstiefel bin ich immer nur so langsam. Jetzt sind es wieder Oma zu zweit. Jetzt lassen wir es wahrscheinlich wieder unten. Was, 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 I didn't? Ähm. Schwager wäre von uns dabei ertrunken und ist leicht angeheitert. Das Sarkasmus. Ja, ich bin bei der Schulden Cooper. Ich kenne keinen Sarkasmus. Aber ich kann es nicht unterscheiden. Da hätte mir jetzt das Entzünden gefallen. Boah. 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 Dann muss ich auf die richtige Person erhalten. Ich habe auch schon schlimmer Rexen. Wow! Hast du mich jetzt erschreckt Schwurger. Alter Schwede. Was du da jetzt gesagt hast? Ja Achtung und das hier. Alter. hat wer kann es ja nichts dafür alt ist viel Mutter Verkorti weibt was ist nicht DT Oder kann man das ausrutscheln? Keine Ahnung. Okay, eh wieder drauf. Aber ein Volibier vielleicht. Mit F. Woo! No, Sir. Ja, wir kannten eigentlich bei der Altieri ein, aber wenn man da drauf ging, wäre man eh geil zerquetscht. Ist es halt blöd, dass man sie halt, so jetzt mit der dritten Person in Uhrenkor. Ja. Da habt ihr schon besser laufen. Ach so, jetzt machen wir alle drei im linken Altar, dann im rechten Altar. Ja. Kann man sie halt überhaupt nicht unteren. Jawohl. Ach, kommst du mit unter? Oh, schlecht. Weg, weg, weg. Oh, ich bin tot. Alter. Echt. So gut, so gut. So gut, ja. Sauber, eh. Ja, Frechheit siegt. Das ist der Beweis. 1.000 A. Oh, unter uns. Ja, wenn ich da jetzt den Ohr greifen do, gehe ich down. Ja. Ja, ich bin ein bisschen gefiedert. Ja, ich bin ein bisschen gefiedert. Oh, mal kommt der Master Yi wieder. Vielleicht kann ich mich da verlocken. Ich wollte nur diesen Ass reporten. Okay. Hammer. Oh, ja. Schafft es das? Hm. Nein, Sir. Ich hoffe, dass ich jetzt 50 AP kriege, weil dann kann ich mir ein Ding kaufen. Was hast du denn kaufen? Fuck, wie heißt denn nicht Nautilus, sondern Blitzcrank und dann kann ich dann G-A-F-Tank. Ja, und ich kaufe mir ein Master Yi, das ist klar. Ja. Ja, das war es, das war die Hebelkunst, weil der da, der andere berufliche Spezial, der, den wir früher gespielt haben, der da nur Master Yi, der war so gut. Ja. 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 Der hat in Richtung drauf gehabt. Das ist ja der Ball in unsere Bass-Dinner. Und, pff. Ja, das steht auch einfach mal und kill den. Ja, also da bei jeder Klasse, was das spielen kannst. Ja, also da bei jeder Klasse, was das spielen kannst. Ja. 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 Ja.